LP 091 und da speichere ich jetzt immer wieder drüber bis ich das labor geschafft habe und das hier ist das heiligtum gell ja jetzt heiligtum will ich noch nicht eindringen mal sehen wer ich jetzt wieder dran ziehe lasse ich drei weitere frei es werden immer mehr ist je mehr falsche dinge ich ziehe desto mehr wird es da ist jemand krank und das ist nicht so gut irgendwas ist ja noch frei ach ja der gibt die anderen viecher können einer bauch erschrecken und vergiftet also achso wir haben ja an die sachen so da werden wir die aufwahl los ok nochmal die frage also ich unterscheide wer bin ich jetzt habe ich jetzt habe ich alles getauscht das habe ich ganz schön viel freigelassen und da dann auch so ein eis heilig wo 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 kommst du hier durch ja okay der kann dadurch schießen so noch fragen ja kannst du einfach sterben ich vermute mal nicht wo wo ouch wieder zurück und wieder beleben ich glaube ich höre das rätsel gerade völlig falsch ich versuche nämlich gerade irgendwie alles zu töten da drin aber in wirklichkeit muss ich immer das etwas auswählen was sich unterscheidet würde ich mal tippen naja du haust jetzt ab so ist es doch jemand frei gekommen im augenblick sein also steht da jetzt was neues ich bin anders wer bin ich essen essen platte äh trank so axt schild hammer helm ja der helm weil das ist ein rüstungsteil das schild steht als waffe bombe trank buch hut okay hut war falsch spinne schleim schildkröte halo schlange die ich kenne mir doch gar nicht ich würde mal sagen schleim weil das andere sind alles tiere oder auch nicht auch äh das ist nicht so toll wow 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 ja sterbt ihr rattenviecher die rattenviecher sind garstig die können nämlich so einfach mal in uns rein sich in uns rein stellen wow ja stimmt da war was ihr seid aber dafür ziemlich leicht zu besiegen ich glaube mein licht geht wieder aus so jetzt ist nur noch der steingohlem da wow so das war es auch mit dem steingohlem äh bolzen irgendwo liegt noch einer naja ja hier okay da würde ich mal sagen schlage weil wir die nicht kennen nein ah schildkröte weil die auf dem strand lebt weil wir und toter weil wir weil der als einziger fliegt nichts 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 ein brief was was niemals überwacht werden kann aber immer ähm aber immer vorhanden ist hindert alles daran gesehen zu werden beantworte mit das und es würde ich auf die andere seite bringen leder gloves ja gut nochmal speichern gehen ich will das alles hier nicht nochmal machen müssen und dann müssen wir normalerweise würde ich sagen Licht Licht ist genau das was ne wie heißt das Rätsel was kann niemals beobachtet werden aber seine Anwesenheit äh wenn es also verhindert dass irgendwas gesehen werden kann also Dunkelheit Dunkelheit ja das könnte dann lustig werden wenn wir im Dunkeln gehen müssen äh da unten lang glaube ich war es so so genau dunkelheit also das bedeutet dass wo wir wo wir nicht wo licht ist dort können wir sicher stehen crossbow bolt wir gucken erst mal dass wir hier durchkommen so schlüssel schlüssel ok das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr so und hoch hier genau das bedeutet wir haben den ersten schlüssel gefunden den können wir auch gleich reinstecken ich wüsste trotzdem zu gerne ich sehe hier immer knöpfe oder nee diesmal habe ich mir das nur eingebildet dass da ein knopf ist egal naja was passiert wenn ich hier rein stecke passiert erst mal gar nichts gut das heißt das rätsel ist gelöst wir können noch einmal den spielstand überspeichern und dann gucke ich kurz noch in das century rein safe ja und ja irgendjemand hat mich sogar in den kommentaren darauf hingewiesen dass das dass die katakomben ziemlich heftig sind hallo ok hier in den katakomben im sanctuary haben wir unsere guten freunde hat spiel das hat nicht getroffen das hat getroffen das macht kaum schaden paralysiert noch mehr von denen ja genau machen wir es so ok die hatten mich einfach fest so das gibt aber glaube ich keine erfahrungspunkte wir würden sie rein teleportieren ach du bist hungrig dann ist mal den käse da unten sieht es wieder nach einer todesfalle aus also gibt hier schon viele orte wieder zum erkunden also ja wir könnten da lang gehen greater healing potion fire shield das bringt mir nix weil ich keine feuer magie habe trotzdem kommt es mal mit aber ne es scheint so als ob hier unten nichts böses wäre einfach bloß ein weg hier rüber rage potion und hier drüben ist nichts gut hier kann man auch so rumgehen okay das heißt wir können uns dann nachher da im heiligtum weiter umschauen jetzt gehe ich aber erstmal unter einem neuen spielstand speichern wo erstmal wieder langsam zeit für einen cut ist wie viele haben wir dann wieder drei okay dann fehlt uns tatsächlich noch ein stein dann können wir auch das wasser element machen gut lp 092 und dann sage ich erst mal bis gleich 092 und dann sage ich erst mal bis gleich